Ja, wir mögen ja klassische Musik sehr gerne und der nächste Song ist auf jeden Fall einer, also beziehungsweise ein Zitat haben wir geklaut, sag ich jetzt ganz offen, von einem super, super Musiker, der aber schon lange tot ist und hoffentlich nichts davon mitkriegt. Wir haben ein wunderbares Thema, das ihr sicherlich kennt, in unseren Song eingebaut und wir nennen diesen Song Fly Away With Me. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020